moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die fahrzeug krieg challenge ganz easy lösen könnt hier müsst ihr fünf fahrzeuge in denen ein gegner drinnen sitzt mit einem fahrzeug zerstören so hierfür suchen wir erstmal den modus leute geht auf schnelles spiel und sucht unten verbundene waffen aus spielt dann müssen wir warten bis wir in das game join und die map armada bekommen so auf dieser map gibt es jetzt nun diese großen fahrzeug leute mit denen könnt ihr euch positionieren oder ihr könnt hier rumfahren und auf die boote schießen wie ihr seht macht dieses vordere geschützt auch wenig damage leute darum würde ich euch empfehlen den platz zu wechseln und den hinteren zu nehmen weil der macht einfach viel viel mehr damage ihr könnt natürlich auch versuchen mit einem kumpel getrennt eine lobby zu suchen und wenn ihr glück habt dann kommt ihr ins gegner team dann kann ja euer kumpel einfach rumfahren an euch vorbeifahren und ihr schießt ihn dann mit dem geschützt ab das wird natürlich noch viel viel schneller gehen aber auch wenn ihr keinen kumpel dafür habt könnt ihr das auch so in game richtig easy machen dann nimmt am besten ein trophiesystem mit leute und platziert es auf dem schiff um zu vermeiden dass sie durch raketenwerfer stirbt oder beziehungsweise das schiff kaputt geht dann würde ich euch noch empfehlen nimmt den techniker mit damit ihr die feindlichen boote rot auf der karte sieht und nimmt noch den quartiermeister mit leute damit sich euer trophiesystem viel schneller auflädt ansonsten war es das mit dem video wie gesagt einfach rumfahren und wenn ihr ein boot wechselt am besten den sitzplatz weil das hinterher geschützt macht einfach viel mehr damage falls euch das video gefallen hat leute lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und falls noch kein abo bei mir bis kannst du das auch an dieser stelle gerne ändern ansonsten sehen uns im nächsten video oder im nächsten stream bis zum nächsten stream bis zum nächsten stream